ich habe die ganze zeit angegriffen und es hat ganze zeit auf der rechten seite gestanden du kannst sie nicht töten ja was auf hinter die hinter die hinter die hinter dir ich sehe nichts so ja du bist die arme hinter die ich habe ich habe alles ja aber nicht benutzen also bitte gebrochen okay gut wir sind wieder da gut ich freue mich und ich sagte du wir also ich weiß nicht ob wir immer haben ich sagte wir haben ganz leben dass du weißt du wir sterben wenn wir dort ja ich war einmal getötet ich weiß nicht immer ich will dich nicht anbüren ich weiß auch nicht immer ich wollte ich auch wir sind drei also kommt zurück kommt zu der kommt zu befinden die er da hat angeblich mit der misst er sollt was hilft ich speichern machen was essen ja ich muss nicht aber wir können die schluss warum schreibt jemand nach ist aber fach ich habe noch einmal ich habe noch eine kopfbombe ich habe auch gesehen wo ich habe jetzt ein ding bein abgebaut und das ist hier noch unten gegangen ich habe nicht gesehen ich muss bei der last haben wir an kunde ich habe noch einen kopf ich habe noch einen kopf vielleicht wo ich nie welches wir wollen die soli band das verstehe ich was ich es zu trotz ich habe es gesehen da hat ein ganz es gehen wir machen wir noch eine kopfbombe also in die bombe und so mache meine kopfbombe leute so und dann das aber ich habe eine bombe machen ja für sicherheit speichern noch mal muss das noch was 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 ich mache noch was gut wir dürfen jetzt wieder mutter wusste das mutter rüstung eigentlich scheiße ist nicht weiß aber ich habe keine knochen rüstung ist am besten ich weiß aber ich habe rot und ich habe genochen aber ich habe hier ich kann können wir machen noch 6 6 ja ich brauche noch zwei knochen die zeit noch viel alter ich habe auch viel stoff ja ich habe auch viel stoff aber man hast keine knochen für ein knochen um ein kostet ich wollte mehr essen ich brauche ganz dinge trüstung ich habe keine rüstung wird ich habe noch eine glaube ich ich will dir nur sagen wir können sie mit der bombe töten in bomben auch geschwörst jetzt habe ich keine stücke und mein gott ich hätte nur zwei ich stehe gerne hand oder vielleicht hast du einfach das gebraten mitgenommen ich denke auch zwei hände ich bin nicht mehr hund ich bin lustig ich hab nur viele snacks ich habe auch eine c ich habe es war ich habe es war okay ich kopp die sodass da okay dort gibt es ja diese automaten ja ja ich habe es ist es ist okay wenn du voll bist du trotzdem nicht im zu langen schade das haben wir jetzt aber ich denke ich muss mich nicht in dort jetzt kommen wir da wo gehst du hier ja hallo ich habe noch gesagt einfach mit einem ich habe mich eine witzung der mutter mit kippen sie geht ein buster was ich habe die Verstattung so lange habe ich nicht die Habe spielte ich hatte ich sie nicht mehr als die Kirche die Amokiste bis zu spüren das ist jetzt bei der Söhne es wird aber es muss ich habe mir ein paar hübsche zwei Rüstung weggegeben der Geräte ich habe ja nicht ja ich auch nicht aber ich habe so eine Idee mit lochem extrem viel Bomben extrem viel ja ich habe nur 4 ich habe mir ich habe noch eine machen nie geht nicht mehr ich weiß nicht warum aber ich probiere noch eine zu kaufen aber es geht Münzen ja ich habe mir noch eine gemacht ich habe fünf Bomben ich kann dir welche geben ja hier gib mir zwei oder drei es gibt noch welche wir haben Knochen jetzt wir können uns jetzt Knochenrüstung machen ja ich habe keine Knochen bekommen ja warte mal kurz ist der gehört der andere noch und sind Knochen alter hier nehmen die Knochen geht so das jetzt meine okay soll ich gehen wir noch noch andere da hat sie noch zweiter sind noch zwei hoch wo ja hier ist ein wir sind da haben wir sie zwei oh ja lütte hat hat das jemand hier sehen ja du nimmst es nicht in deinem wieder rein und dann habe ich sie ja ja weil es weil der Mann drauf liegt aber aber ne wenn ein Mann weg war meiner da war kein Lager bei mir ja bei mir ist einfach nur geläuchtet und das ist mein Knochen ne ich weiß ja ja jetzt mach mal du ich sieke ich noch aber ja brennt er bei dir warte ich mache Lagerfeuer so kannst du Lagerfeuer machen oder warte gib mir ich brenne man okay oder ich mache einfach mit dem hier oh Gott ticker brennt er bei dir ja aber ich sehe nicht das Lagerfeuer lol das sind und back das habe ich das irgendwie gehackt oder was gehackt ich und hecke das geht gar nicht ich bin zu mir unterbrechen ich bin okay ich bin okay obwohl nein ich habe mich mal in den ähm Ding in den developer kommt in der Konsole von roclox rein gehackt aber ist ja nicht schlimm es ist doch schlimm ich habe mir trotzdem zu Robux geholt oder sowas das ist jetzt mal wieder hoch du hast kein stock mehr bei dir äh ich brauche noch bisschen äh ich brauche nur noch vier äh ich brauche noch ja vier äh stücke äh knochen da hat kein mehr düstmann wie viel du sollst du jetzt ein oder nimm mal nimm nimm dir alles nimm dir nimm dir jetzt mache ich mir noch eine ich habe was kurz und tragen tragen ich habe nur zwei jetzt mache ich mir das bitte ich habe jetzt äh vier tschüss über drei also drei mutanten ja äh ich habe ich habe jetzt nur drei rüstungen vom knochen müssen wir jetzt da vorne gell ja ich habe noch was zum trinken ähm ja alkohol ja da drin gibt es auch was zum trinken hallo ja ja hallo hallo ist hier irgendjemand ein mädchen nein äh immer nach draußen suchte mädchen ah jetzt jetzt weiß ich bescheid weil ich suche parties wo besonders schwule jungs drin sind richtig richtig spielen wir spielen ich war so ja ähm wir sind nicht so wie du ja ähm sorry das du ausländischen akzent hast also heute mal deine fressen ja kann ich es machen aber wenn du willst du überhaupt was eine fresse ist also fest ich kann ruhig meine ich kann ruhig mein gesicht halten ist ja gar nicht schlimm kann ich machen hier kann ich jetzt auch noch abfressen ich weiß mal wie ich aussehe also blau blau dämon hat dein maul verpässt dich ey jungs was ist denn das kleines kitty was hast du mir früher erzählt du und wer war ja ja wort ich nicht immer die kikos hat werden sie nicht mehr închétisch sebastian ist zehn jahre als ich psychisch behindert und das karten der kenne du kennst ge ja aber war dumme du musst auch bisschen nachdenken seit wann sein als in einer klinik ps4 alter die er hat ja einen Behindertenausweis hat ja so einen Behindertenausweis weil dann erkannt wird immer stellt das Geld ich hab deine Mutter aufstellt auf ebay ach du bist du mutter deine Mutter was? ich hab deine Mutter auf ebay erstellt ja auch aufgemotert hab ich angemacht ich weiß nicht wer bist du? wer bist du? ich will nur sagen ich bin sicherer als du du spielst von dem Account deiner Schwester du Hund es ist noch Knochen oder? du bist du Knochen? gut alter du Hund er kann ich mal runter guck mal dein Hund nimmt sich für die Straße 20 Cent in den Mund nur dein Vater steht nur hinter dir bei Manalzecks du Hund also halt du mal deine Schnauze ich selber nicht aber außerdem das ist das Problem na außerdem du bist das größtes behindertes Zehnjährige Kind was ich je gesehen habe ja wer ist das zufrieden? komm sag mal du hast einen kleinen Schwanz guck mal in deine Unterhose dann weißt du was klein ist der Ding ist größer Digga weil ich will eigentlich das Punkte für Mutti da rein ja wahrscheinlich deswegen steht auf dein Profil komm her mal komm her mal so kann ich mal was sagen so hohe Verbruder Digga stehm bitte darf ich den Unkengoss nehmen von äh von der Sache ich kriege ihn trock mich nicht alles so weiter mann nicht so weiter bitte selbst zu machen mann nicht so weiter so kürzlich weil ich hab Kopfschmerzen bitte er ist kurz ja schien um wir haben er kommt wieder auf dem aus dem Weg liegt oder nicht und was ich will war er um einen Schatten schmerzlichen und macht uns diese Gäste gehört sich nicht so hoch er hat er war aber auch ein Wettbewerb der Kinderklinik eine PS4-Altag die Summe da habe ich das Kind der Alte Watt und wichtiger was ich bin ja noch am Anfang da wo diese Dinger sind Prozent Kaffee Walbro auch um die Lüse sind das war es so Muster warst du gestern ja ich war dort aber das war anders ich hab die Neu-Rausch ich sehe dein live stream der Leichter ist immer zehn Sekunden vor also nicht wundern Prozent als er weiß es aber noch und ich bin also zu kommen hier an schon länger der kam auch du ich ich hab das gar nicht er ist nicht hey bei uns ojo mit beiden und immer eine Bombe meine die Bombe keine Bombe wir brauchen die Bomben ich kann mir noch welche Kronen mit Bogen mit Bogen ich habe die ganze Bekundung warte ich mach mir kurz einen Bogen ah ich verbrenne einen Bogen warte kurz bitte warte kurz komm ich hab sie ich bin zu tun komm mit Mahitern auf Tone gut gemacht wenn das jemand gesehen hat dort wir können ihre Leichen nehmen ich auch aber ich hab das da warte kurz ich kann meine Rüstung machen wenn meine Rüstung macht ich hab mich ich hab mich so lange gezogen ich hab mich hier ich hab mich hier ich bin ich bitte so Lüge gut gut egal ah n n n n n n n n n viel lang das war ein mutant die da schon mal hier liegt halt eine leise aber man kann einfach nicht nehmen da ist eine leise die kann man aber nicht nehmen ob ihn hat aber gut wir haben jetzt ein bisschen rüstung noch ein bisschen mehr okay das liegt jetzt am boden das kämpfer herr warte mal kurz kann man da nicht irgendwie da gibt es nicht was ist das gehirn gehirn was im gehirn dieses gehirn im glas dritte geschehen was soll das kann man anschauen warte bei magie cross wie ist es music ja bitte zelag urur also beste musik ist vor okay herr letztes mal eine wackele musik ja auch nicht zu weitergehen ich kann nicht nur jetzt geht es so ein ist wirklich nicht durch das ist schon mal ein bisschen ausdauer machen kommen wir hier gibt es bei dieser szenen die wir das sind was sind wir mit hüten diese szenen wieso das ist so ein bühner da warte das ist so ein bühner da ist also brate ich nehme seine zähne mit seiner geburt hast du hast du kein ding mehr und hast du keine shit dog ich kann nichts bläsen oder oh mein gott ich hasse aber wirklich jetzt will ich noch alkohol sogar das ist ja alles zu suchen der gar ich mache wissen ich weiß dass ich mach kurz jetzt letzte ding als zuletzt habe ich dann die jetzt genommen ich will jetzt nehmen du nimmst jetzt dingen wie heißt das du nimmst jetzt timmy und ich nehme ja da hast du weil ich hatte letztes leistung das gemacht so macht es jetzt was kurz ich mache mir bomben und alles ist oder vielleicht kann ich das machen weil ich doch ich kann weil ich keine glatze habe ich habe eine glatte alter was ich gerade gefunden habe ich für euch was braucht man nur wieder die jetzt also leute das nervt zu mir kommst du jetzt was machst du dich war ich mache ich habe eine bombe gefunden sondern du hast eine bombe geht muss man jetzt war guckt doch mal lassen hat da jetzt bock wissen wo muss man aufmachen und mein gott um ich habe ich hasse das selten ich mache ein bisschen lampen und die ich hasse die die wo es hier im alter ich habe hier in den bombe platzieren bruder ich kann ja auch mal machen um antwort sich nicht mehr mann die das ist und schmeiß ich mir bomben die geworden du kenne worten aber ich kann mir erstellen ja mal schall Guckt jemand mehr? Lass mich an. Nee. Nee? Nee? Nee. Oh nein, Alter. Ähm. Fuck, ich hab keine Insolierbahn mehr. Oh, hier kann man auch reingehen. Ah, ne. Das ist ein Azefakt. 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 Ah. Okay, okay, okay. Wir müssen dann wieder zurück. Ich weiß. Wenn wir diese Goldkarte haben, gehen wir hier hin, Bruder. Da müssen wir hier dieses Azefakt machen. Mit dieser Karte. Und dann kommt. Okay, los geht's. Warte, ich hab aber nicht diesen ganzen Spielzeug. Warte, alles zu suchen. Alles zu suchen. Was? Drinking. Ich bin... Ich bin... Okay, der ist schon... Oh, salamu alaikum. Hinter dir war noch einer. Ich schwör? Ja. Also... Ich schwör? Ich schwör? Ja. Ich schwör? Ich hab den Zahnkauf gut gemacht. Ja, wo der ist Missgeburt. Also... Du bist dieser Missgeburt von Yaraq. Yaraq. Yaraq sah allein rum. Guck mir! Ich steh... Oh mein Gott, das will ich das nicht. Ich glaub dir, ich hier... Äh... Er deptiger fast. Was brauchst du Soda? Ich brauch so das. Ich brauch so das. Ich brauch so das. Äh... Habe ich gekauft. Ich hab mir... Oh, ich brauche viele zu kaufen, Digga. Okay, ich glaub bei mir würde das reichen. Ich hab hier noch zwei Snacks geholt. Egal, ich hab jetzt am meisten. Ich hab das mal dran. Oh, wie ist das aufgestockt? Alter, ne? Schreib mir nicht mehr Kommentare. Kannst du noch mal so das nehmen oder geht nix? Doch. Ich muss mir noch nehmen. Kannst du? Ja. Ja, okay. Nimm dir. Ich mach mir so lange aus, aber... Ja, ich hab kein Money mehr. Ich hab nur 6 Euro. Dollar, meinte ich. Ja, dann kauft ihr noch was? Ach, ich suche noch Kaffee. Ich komm, wir gehen. Wir sind bereit, Bruder. Ich bin bereit, Bruder. Ich bin bereit, Bruder. Hey, du guckst dir das, oder? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich mach mir mal. Oh, warte mal. Ich weiß, was ich dann mache. Ausrüsten. Hey, du guckst mich. Komm, 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 komm. Warte, warte. Gibst du noch Alkohol nicht so mal, Alter, Wunder. Oh, ja. Okay, ich mach noch mehr Bomben. Wenn du insolierbar und hab's gerne? Ja, ah, um... wie sie lasse denn ich bin ich habe keine ich habe keine alkohol ich bin ein mensch ohne alkohol okay und wenn er ein bisschen gibt ich wollte auch nicht mehr geben da die was ist da die jetzt kommen zwei ich sagte jetzt du machst so hast du ich hab nur viel montag gemacht also ich habe so viele ich habe ich nehme jetzt mehr ich habe sicher zehn übertrieben sagt du wirfst nicht sofort mit bomben okay wenn du monat auf kokte lasst und wenn ich dann war für ausgerüstet habe dann wir schon auf sie war das gleiche schon das ist gleich nicht gleich nicht gleich wir brauchen die noch so ich habe mich hier wenn sie dann brennt gehen wir zurück dann bleiben wir da und dann geht sie ganz dahinten bestellung zur reihe bis ich mach das jetzt einfach ist egal ich sagte wann du werfen sollst okay ich sagst du aber ich mache das jetzt nur der ziel aus warum habe ich das gemacht aber jetzt macht das so was und nein ich sagst du mag ich sagst du kannst du hast du kannst du bist nicht mehr du hast du nicht mehr ich weiß meine haare sind so ganz so muss kurz sind ich glaube du hast eine geruch wir sind Ich schwöne Eißlochmus, Teleporte nicht Lachen nicht drauf, ich sage da mal die Lкой Noch nicht, noch nicht, noch nicht Wirf Kon � Reading Und sofort zurück, sofort zurück Wie schlafen Ich korrekle just move Redding Perdona Vortrag die 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 warte das ist und sie musiksetzen dann soll es gar nichts ich mach das jetzt auch prägen aber ich bin auch eine Bombe aber noch mal drückt du bleibst ich bleib hier und gehen sonst nix ich weiß nicht nein noch nicht darf noch nicht darf noch nicht nicht weiter ich würde nicht weil sie kommt dann darf ich ja sie kommt Evalu und sie weiß dass sie hier draußen guck dir mal den Lassi nur wenn sie sich am Eingang nicht wenn sie sich am Eingang nicht wenn sie sich am Eingang nicht dann wird sie hallo brei hallo 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 warte doch nicht mehr hallo hallo ich weiß wann du sagst mir wann ok du sagst mir wann ja 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 jetzt oh mein Gott was hast du verblüht ja du komm komm oh ich hab sie vom Gant tschüss noch werfen noch werfen wohin wohin ich hab nur Ruhe schau du pass auf das ist nicht vom Babysterben die Babys die Babys schieß mit Bogen ab jetzt komm Baby Molotow kommt ja aber sie kommt ich nehme meine Bombe ich muss jetzt eine Bombe Junge komm mal die Babys auch mal ein bisschen Kildosi ich bin da beschäftigt mit dieser Bracke Mist geboten Mist geboten ja mich lasst du nicht rein Mann ich hab Angst ja Digga jetzt Digga ist hier Mist geboten darin ja ich kommt jetzt warte 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 da sind noch Bombe ich bin nicht schwerer wie ich bin ja ich habe Bombe geschmissen geh runter geh runter oh bravo 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 sie hat richtig schaden bekommen hast du noch Bombe? ja ich kann mich auch nicht machen so geht um äh gib mir eine und ich mach noch ja es hilft man ich geh jetzt gar schütz mich ich geh auf ich nein bleib mal hier bleib mal hier oh es ist oh mein Gott das Baby alter das Baby nein das lebt nicht mehr doch das hinter dir ja oh mein Gott das tut es ich hab mich so schrugge was ist das Mann Digga ich mach mir noch mehr warte kurz ich geh runter kurz ich mach mir noch mehr geh weg von der Tür damit ich noch reinkommen kann ja ja ich bin ganz unten ok ok ja es geht wie die die children ich bin es existent Schraft horch erklärt Kirche und j ich habe es gespielt nein sie leben Alkohol hast du bisschen Alkohol ich hab kein Alkohol da kann ich nur mit wenn du auf sie werfen sollst ok ich bin sehr low ich glaube wenn sie am Boden ist der Boden ist jetzt schon einfach mit dieser Freude aufziehen und die Känzigen ja gut steck uns was ein wenn er den Kumpen ich hatte man dann soll sie sich bei mir ja die Lützchen ich glaube ein bisschen groß die Kälte ich weiß ja mit Kitzensägen wenn wir jetzt sind ich meine sache weg abgeschwört zu heilen hier es geht nicht, es ist direkt bei dir ja, ich bin so na ja, ich lieg dort ich komme hab ich alles auch? Ja! Meine Kittensäge! Los geht's! Wir gehen mit Kettensäge! Ja! Los geht's! Wir müssen sie! Wir müssen sie! Ja, ja! Nein! Scheiße drauf! Ich muss jetzt gehen! Das sieht die mich nicht an, aber kommst du! Sie muss kommen jetzt! Nein, nein, nein! Es geht nicht, ich hab schon zurück dafür! Man kann bis den nicht fahren! Nein, ich hab einen Molotow-Koktail! Warte! Wenn sie hier ist, dann wirft ihr! Ich sag immer eine Waffe zurück! Wenn sie weht und dann sag ich dir wann! Okay! Ich geh wieder zurück! Warte! Ja! Jetzt, jetzt! Oh, Scheiß Babies, Scheiß Babies! Nein, nein, nein! Das ist schlecht! Wir müssen sich dann angreifen und die Babys machen! Ja! Ich hab's angebracht! Mach gut gemacht! Ich mach auch ein bisschen! ich glaube sie wieder benehmen sich wieder zu sagen ja aber so inhaltlich halte ich ja das war schlafen keiner aber das ist ja hungrig und ich habe schreiber ich habe es noch ich habe es noch nicht den Ja, gib! Ja! Mach die Besuch! Ich hab dir noch Snacks! Oh, siehst du, siehst du, der macht ab! Ich kann mir nur eine Bombe machen, weil ich keine Rolex habe! Okay, okay, gib! Hier! Bei mir leckst du, heftig, ne? Danke, ich brauche keine mehr, ich brauche keine mehr! Okay, warte, äh, was nehme ich jetzt? Ich will die Mütze, Mütze, Leute! Ich hab zwei Bomben mit mir, macht's gut! Aber die Babys! Wissi? Äh, ich glaube, sie ist wieder ganz gut gegangen. Ja, ja! Warte, du, äh, du Babys-Kimmer! Ich weiß, wie kann sie einfach auf den Scheißen oder so? Ja, sie scheiß nur die Babys! Ja! Ich weiß, dass du nicht, ich weiß, dass du okay? Nein, nein, nein! Du wirfst keine Bombe auf die Babys! Nein! Auf die Frau! Ja! 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 Ja!